Ja, genau, wir sind der kultische Würfel, Alter, wir ficken alle Logos in den Arsch, Mann. Wir ficken alle, kultische Würfel gegen Logos, jetzt verbreitet's. Hi, willkommen, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars mit dem lieben Kultacraft HD. Buenos Dias. Buenos Dias, und heute, äh, gucken wir mal, dass wir eine schöne Skywars-Runde hinbekommen. Ja, du lernst jetzt hier vom Meister persönlich, wie man das richtig macht, weil ich hab ja gesehen, du hast nur so deine Schwierigkeiten. Und ich bin heute da, um dem Cubeless endlich mal richtig beizubringen, damit ihr dann auch gute Runden sehen könnt und nicht so scheiß Runden. Genau, ich fang direkt mal an, dass ich uns zwei im Diaschwert mach, ist das richtig? Ja, das ist tatsächlich sehr gut, ja. Hier, guck mal, da. So. Ja. Und dann, das hier dahin, das hier dahin, so. Aber ich hab's tatsächlich ein bisschen gelernt, als wir in einem 24-Stunden-Stream so viel gespielt haben, ne? Ja. Da hab ich's tatsächlich ein bisschen gelernt. Ich würd's sagen, ich baue mich auch direkt mal zum Gegner rüber. Ist das auch eine cluge Entscheidung? Das ist eine cluge Entscheidung. Aber, wir haben hier natürlich so einen schönen Backup-Eimer, den müsst ihr halt immer bei uns haben. Ah, was? Das ist Regel Nummer 1. Das ist sehr gut, dass du so einen hast. Und, ich möchte dir noch einen kleinen Tipp geben. Ähm, ja, okay, wir gehen jetzt erstmal rüber, dann geb ich dir gleich mal einen kleinen Tipp. Ja, das wird ein Spinnenweben, falls jemand eine Angel hat, ich weiß. Ja. Ja. Okay, komm, 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 komm. Hä, ist da keiner? Komm mal, du, der ist gerade rüber gerannt. Ja, okay, warte dann. Erstmal die, die Dias gönnen. Brauchen wir die? Ja, wir brauchen die. Weil, pass mal auf, warte, ich geh mal kurz rüber. Ja, warte, ich komm gleich nach. Ich bin drüben jetzt, ne? Die sind aber welchen in der Mitte. Wir müssen uns beeilen, vielleicht können wir die Mitte überraschen, ob du es nicht beeilen. Yo, yo, ich komm, ich komm, ich komm, 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 komm. Komm mal. Okay. Dann, let's go. Nein, 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 vorsichtig. Place the cobweb. Oder backup water. Also haben die einen Stärke-Trank, ja, ne? Nein, es gibt hier keinen Stärke-Trank. Doch, 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 doch. Mage. Äh, oder wie das heißt. Pass auf, Mann. Ja, das ist ein Mage, das ist ein Mage, wie er mit Sloan ist. Echt? Yo, scheiße. Back up water. Ja, habs, 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 habs. Nicht sterben, vorsichtig, vorsichtig. Halt sie ab, halt sie ab. Achtung, Achtung, ich bin gleich tot, Mann. Ich muss nur hochkommen. Ja, wir haben einen auch. Mach's Wasser weg, mach's Wasser, kurz weg. So, ich fliege dir hoch, nice. Okay, warte. Den holen wir uns, den holen wir uns. Place die neu. Hab ihn. Nice. So, nice Action. Nice, nice. So, erarbeitet man die Mitte. So, ich hab Eier. Also, ich hab Eier. Gugelt, mach ich das mal lieber weg. Ähm. Da stimmt da immer noch, dieser Dummkopf. Hast du irgendwas, womit du den angeln, oder so? Dann kriegst du noch Coins. Ja, ja, warte. Ich hab Eier. Warte. Ah, nee, der ist runtergefallen. Den kriegst du nicht mehr. Der ist runtergefallen. Okay, egal. Achtung, da kommen welche, da kommen welche. Oh, oh. Von da oben. Zurück, zurück. Weg, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich muss zurück. Hab einen down. Pass auf, ich kann dir nicht helfen, ne? Ich kann dir nicht helfen. Cube, cube. Ja, nice. Boah, alter, erst mal was essen, Mann. Ich hab auch eine Goldie-Karote-Mikratie gönnt. Ähm. Warte, ich ziehe immer kurz den besseren Bus-Panzer an. Ich kann dir auch noch einen besseren machen. Aber ich schau mal kurz mein Schwert. Ja, pass auf, guck mal. Hier sind noch überall Items drin. Ja, warte mal kurz. Ich mach dir kurz ne, äh, schönen Chestplate, ne? Ja, ich kann auch selber, brauchst du nicht. Ne, ich mach dir jetzt. Ja, okay, mach halt. Ja, ich schau dir das sogar noch so nett bin ich. Alter. Boah, ne? Richtig, richtige freundliche Dude bin ich hier heute. Hier, nimm mal. Ja auch. Äh, komm, wir sollen was machen, ne? Das brauch ich jetzt nicht unbedingt. Ja, gut, dann. Ah, danke. Aber wir sollen rein mit dem nächsten Gegner, oder? Weil es sind bloß noch zwei. Ja, ähm. Komm, komm. Ja, ja, alles gut. Setz mal Backup-Water. Safety first, okay? No, safety first. Ach, dem angeln, ne? Ja. Hö, lol. Übrigens, Leute, dieses Video, was ihr gerade seht, ist mal ein bisschen anders als Backup-Water. Sonst ist Exposivoden-Mathisch. Das ist jetzt mal so hierhin. Genau. Ähm. Hier, das Video, was ihr gerade seht, ist vorproduziert. Das heißt, ich bin während ihr das gerade seht in Berlin. Weil ich nur mal erwähnt haben. Aber ey. Macht denn der Cube in Berlin? Das frage ich mich. Äh, was ich da mache? Ja. Connections knüpfen. Nein. Ah, klar. Ja, wir machen uns das am besten. Setz mal. Nein, nein, nein. Okay. Ich komme hoch, ich komme hoch. Jo, ich habe hier noch ein paar Heal Potions, ne? Ja, das ist ganz praktisch. Ich habe vier Goldäpfel. Ja, anstatt dass wir ein Gips oder so oder zwei. Hier, guck mal. Hier, sogar zwei. So. Also, warte mal. Wir müssen mal ganz kurz, äh, bisschen, bisschen runterkommen hier. Junge. Jetzt runterkommen und ich falle einfach runter. Ja, ich, ja, ich passe schon. Warte, ich habe, ich habe eine gute Idee. Hast du eine gute Idee? Okay, doch nicht. Wow. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Pass auf, du, ne? Weil wenn die unsere Weckerbote wegmachen, das ist nicht gut. Ja, ich weiß. Ich baue hier gerade so ein bisschen schön. So, ich habe nämlich den Tee. Ich baue jetzt mal so einen kleinen Tee-Turm hier. Ja. So, kann er mich noch treffen? Nee, ne? Weiß nicht, ich komme gerade mit dir hoch, ne? Ja. So, ich glaube, der kann mich jetzt nicht mehr treffen. So, Freunde. Wow, doch kann er. Vorsichtig, vorsichtig, ne? Warte, dann mach. Ja, ich habe mir einen Kopfwäppeln gemacht. Geht mal weg, ihr Arschis. Ich habe einen weggemacht mit Eiern. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, cool, da. Nein, 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 ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Mann. Oh, Fingel. Oh, GG. Okay. Da haben wir nochmal ein kackiges Gespräch. Ich bin zu weit gegangen. Ich zeige, wir hängen einfach nur eine Runde dran. Vielleicht machen wir es da besser. Auf jeden Fall. So, dann geht es schon gleich weiter wieder auf der absolut gleichen Map und ich gehe direkt mal hier runter und gucke mal nach. Ja, das ist ein good try, würde ich sagen. Aber diesmal ist das noch auf einer anderen Seite, du. Was? Oh ja, das habe ich auch bemerkt. Ja, hast du eh nicht. Ich habe hier ein paar XP-Bottles. Ich habe auch ein paar. Ich habe zwei Level. Mach weg, du Dummkopf, ey. Ich mache uns gerade auch mal. Du hast mich gerade dummkopf gemacht. Ja, ich habe leider irgendwie gar nichts Zeit, ne? Ja. Für mich ist es belastet, wenn ich nichts hätte. Wo bist du? Komm ich mal rüber. Ja, hier. An der Side of Light. Hier, guck mal, Side of Light. Nimm mal dein Schwert hier. Side of Light. Danke. So, ich dring gleich mal so eine Fire Resistance. Er sieht mich bestimmt. Guck mal, die reden nicht miteinander, ne? Er schlägt erstmal so und zeigt, von wo ich komme. Warte, warte. Hier, warte. Hast du zufällig ein Feuerseuch? Ne, habe ich nicht. Aber ich habe eine Copweb halt, ne? Hast du Feuer? Ich habe kein, ich habe kein... Ne, ich bin nicht drauf, sorry. Warte mal kurz. Nice, nice, nice. Nice, wo ist der andere? Der hat auch so easy. Ich glaube, der hat sich zur Mitte geworfen. Ja, ne, der ist hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Echt? Warte, komm mal. Cube, 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 nicht sterben. Keine Sorge, ich bin der Copweb darin. Ich bin safe. Ich bin in der Safeweb. Ja, dann hat er sich doch hinter uns geworfen. Hast du noch einen Copweb? Nee. Okay. Komm, 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 komm. Hab ihn. Nice. Ja, ich habe ihn. Nice. Okay, warte. Ich habe dir deinen Kill geklaut. Okay. Das lief schon mal gut. Ähm. Und verschämpfen dir, Alter. Ich brauche das Geld. Ja. Mein Gott, Alter. Ich dachte, ich bezahle dich schon genug, dass du hier dabei bist, aber okay. Willst du Stress haben oder so? Halt, 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 halt. Pass auf, die haben einen Angel da vorne, Mann. Ja, und ich. Das sind die Logos. Logos. Auf die Logos. So, nice, nice bei der Down. Dann wird man wieder die logischen Typen können einfach nix, Alter. Immer diese Logos, ne? So, warte, ich bin jetzt beim nächsten. Wir brauchen einen Hashtag für uns Cube. Ich bin beim nächsten, Junge. Ja, ich auch. So. Nice. Warte. Sehr gut gemacht. Wir brauchen trotzdem den Hashtag für uns. Äh, wie wär's mit dem Hashtag? Ich hab ne Angel. Wie wär's mit dem Hashtag, äh. Kultische, äh. Kultische Würfel. Ja, genau, wir sind der kultische Würfel, Alter. Wir ficken alle Logos in den Arsch, Mann. Wir ficken alle. Kultische Würfel gegen Logos. Jetzt verbreitet's. Genau, Mann. So. Äh, machen wir kurz hier hoch. Ja, äh, ja. Haben die ne Angel? Ja. Ja, gut, dann machen wir hier mal das Safety First. Wie ich das gesehen hab schon. Das Safety First ist immer gut. Immer mit Kandomen, Freunde. So. Ich wollte hier eigentlich grad sowas, warte mal. Guck mal hier, ich sichere die auch noch ein bisschen ab hier. Ja, gut, was mach ich hier? Also, wie gehen wir da jetzt? Wie gehen wir jetzt am besten? Ja, einfach, einfach reinjumpen, würd ich sagen, ne? Hab ich noch Fire Resist? Ich hab noch Fire Resist, das ist ganz nice. Ja, wenn wir reinjumpen, wir sind tot, ne? Ja, kommt da auch welche von der anderen Seite. Die werden jetzt hier belagert, grad von uns. Okay, warte, komm, 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 komm. Belagerung. Komm. Ja, ich bin... Oh. Nein. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange. So. Schnell, bevor das Holz weg ist. Nice. Als ob schon alle unten... Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Einer hab ich noch bekommen. Ja, hat sich gar nicht gelohnt. Einer lebt noch. Hab ich noch was? Ja, GG. Ne. Wir haben gewonnen. Ja. So, machen wir das. Easy. Gut, das waren die zwei Folgen. Der kultische Würfel fickt alle. Der kultische Würfel fickt alles weg, Alter. Das war zwei Folgen Skywars. Man hat gesehen, wir ficken einfach alles weg, so. Kultische Würfel. Schreibt das in die Kommentare, ey. Was los? Und, ähm, ich würde sagen, schaut bei einem lieben Kulte vorbei. Äh, erster Link in der Beschreibung. Der hat nämlich auch ein ganz freshes Video mit uns gemacht, was gestern online kam. Und auf jeden Fall, was war denn das nochmal? Super Smash Mons. Das war Super Smash Mons. Du bist... Die Banane, Alter. Die kultische Würfel-Banane. Die kultische Würfel-Banane war das. Schaut's euch an, Leute. Schaut's euch einfach an. So, ich würde sagen, lasst einen Like, damit euch das Video gefallen. Schaut bei einem Kulte vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Curies. Yo, bis!